Yo, peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder zusammen mit Philipp in Notrufemden und wir werden heute das Halloween-Event zocken. Und zwar geht es darum, dass ich mit dieser wunderbaren Tüte auch an meinem eigenen Haus nach Süßigkeiten fragen werde. Und als größte Belohnung kann ich mir für sage und schreibe 97.500 kann ich mir das Ghostbusters-Mobil holen, Leute. Und mit dem kann man einfach über rote Ampeln fahren und auch nicht geblitzt werden und so. Wie geil, das müssen wir uns holen. Hat das Blaulicht? Oha, das Ghostbusters-Mobil hat Blaulicht, Leute. Das wird ein weiteres Ziel, ein weiteres Ziel. Wir kriegen, glaube ich, pro Haus ein Bonbon für, glaube ich, fünf Bonbons in meiner Tüte. Und man kann irgendwie fünf bis sieben, glaube ich, kriegen pro Haus. Und zwar das Event findet hier vorne in der Nachbarschaft statt und hier hinten auf dem Feld, wo man dann Geister jagen kann. Dafür brauchen wir aber erst 450 Bonbons. Ihr werdet das gleich alles sehen. Bis dahin abonniert noch unsere Kanäle und jetzt viel Spaß beim Video. Leute, guck mal hier, wo mein Haus ist. Ich will Süßigkeiten. Ist so, gib her. Oh, Pimi. Pimi ist bei mir. Bei mir ist Fisch. Are you a vampire zombie? Collect, collect, collect. Wo hast du die bei mir hingeworfen, ey? Okay. Ja, die Hintergrund-Story ist, dass die gerade, wir wecken die gerade während dem Schlaf drauf und die haben keinen Bock, die werfen. Ich, äh. Ey, Philipp, Philipp, guck mal. Die haben ein fettes Bild an der Wand hängen. Lass das mal mitnehmen. Ja, lass das mal mitnehmen. Oh, yeah, Leute. Zack. Boah. Hier ist ein Tresor. Kann man den auch mit dem Bohrer? Kann man den auch mit der Bohrmaschine? Ne, leider nicht. Ich hab auch gehofft, dass das jetzt mit der Bohrmaschine geht. Aber hinten im Wohnzimmer gibt's noch zwei Tresore. Hast du Dietrich? Oder hast du noch keinen? Ne, geh schnell kaufen. Es gibt mehrere Häuser. Bald kann man alle Häuser hier ausrauben, übrigens. Ja, aber du brauchst ja einen. Der Pferd, den verlierst du ja nicht. Guck mal, wie lange das dauert. Deswegen ist es immer noch nicht offen. Also, wir sind jetzt bestimmt bei Versuch 100. Oh, endlich. Oh, Kops. Oh, no. Ist mein Auto offen? Das ist Pharoos. Das ist Pharoos. Ja, hier ist Pharoos. Ja, ich höre seine Klarinette doch. Ja, ja, der ist mir gerade entgegengekommen. Du hast ja gar kein Auto jetzt. Nicht schlimm. Du kannst ja von Haus zum Haus. Pharoos. Boah, hier sind schon richtig viele Geister. Ähm, kleiner Bro-Tipp. Die haben verschiedene Farben. Der roten... Pharoos! Mit Elvan einfach, ihr beiden. Egal. Ey! Junge. Warum killst du mich jetzt, Digga? Grüßt euch, Pharoos oder Elvan. Ihr seid beide Untermenschen. Ich fahr da gerade die Straßen. Durch, bis stören. Glaubst du, ist zumindest das Haus der Rettung? Hm, ist eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall nicht alles ausgerockt. Also eigentlich ist ja noch nachts. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, es ist noch offen. Ich bin schon drin, aber... Ich bin schon drin. Ach, glaube ich. Sieh' aber so aus. Hey, das sind halt die gleichen Tresoren wie in der Bank. Und hier muss man sie mit Titel auch machen. So, ich habe 25 Euro aus gekommen. so los ich lege mich gerade mit dem 11 an kam er liegt er liegt liegt bei zwei häuser weiter da wo das auto brennt du bist auch in der straße das auto brennt das brennende auto ist mein auto der fahrers brauchst du nicht damit nichts zu tun glaube ich ich habe ein friedensangebot ich liege im busch alles gut hier beim brennen im auto genau 11 ist auch gestorben dass wir sind jetzt wir haben beide 11 also hat mich zwar noch mal ja ja mich hat jemand angenommen ich hatte mit angenommen sagen dass wir können muss hüpfen den senior ist der letzte das feuer werden ist gar kein notarzt bei das ist ein notarzt bei jetzt doch da ja da ist hier hier hilfe hier du musst aufhören auf alle zu schießen deswegen haben wir so viele feine das ist nicht gut ich bin ein harmoniebedürftiger mensch ich bin immer der erste der das haus achso du meinst wer da rauskam gewinnt tatsächlich ich bin ja fast gewinnen ist nachbar die dd 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 habe ich habe ich nicht geklingelt 185 jetzt richtig richtig nachziehen ich habe jetzt schon zu sehr vielen leuten gesagt wenn notruf hamburg jetzt noch nachziehen an meiner tür bist du gerade wenn notruf hamburg jetzt nachziehen will dann müssten sie jetzt eine map expansion plus die müssen neuem nein nein die tunig wird nicht kommen und die müssen die werden gezwungen sein halt die maps überarbeiten alle zeit weil das hat notruf hamburg jetzt halt gemacht so und da hat faros halt echt gute arbeit geleistet muss man halt einfach sagen weil dies sehr detailreich und dagegen wirkt die dings map auf einmal wieder nackig die wirkt wieder richtig nackig das kaum detail liebe drin oder sowas deswegen so ich habe fast die 450 zusammen 450 so leute denn mit 450 können wir uns können wir uns auf ganz entspann den staubsauger besorgen und damit ja können solche können los 450 und die holen wir uns jetzt beim schiff und mit dem schiff können wir denn die geister einjagen die wir hier zum beispiel sehen geister friedhof event oder hier geister wald event geister lost place event erst in einer stunde ja gut leute das seht ihr dann wahrscheinlich für euch ist das ein kleiner timescap für uns das ein bisschen warten muss man da hoch da oben ist der fliege in der holländer habe ich schon gesehen habe ich auch gesagt so und das seht ihr auch schon die ganzen preise leute so zack und wir brauchen den hier einmal so leh laterne was kann man damit machen weißt du das das sind auf jeden fall unique items so die werden wir halt nur zu dieser halloween zeit kriegen oh oh mein gott oh mein gott oh alt habe ich gescoped ich bin trotzdem fast ja das ist das das ist sehr buggy oh laminaldo hey loko fan lea was geht was ja ich weiß ich habe mich mit pharaoh schon der folge angelegt wir uns beide schon erschossen einmal und elvan ja ich war nett und lieber böse was ist was was ja und was soll er machen ist doch ein kollege von mir ist auch ein freund von mir der wird nichts machen keine sorge er will mit lassen mit obwohl seine autos heile dass bei ihm mitfahren das bei ihm mitfahren philipp ach so ja 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 stimmt ja ok ja nee dann fahre ich erst bei ihm feind daher logo gut machen das jetzt auf ganz spezifischer weise wird dann nicht war er so leute wie ihr seht den tag bricht gerade an wir können das event aber nur nachts machen das heißt wir warten jetzt einmal ab bis es nacht wird und dann fahren wir mal zum ghost lost place und gucken was so dafür geister finden weißt du wie man das ausmacht gemacht das mal aus bei mir kriegst recht wenn wir auf dem server dann möchte ich kann sich damit ein bisschen raus kann sich mit discord aus also dass du das so einstellen kannst und sowas ja das machst du bei mir auf jeden fall nicht weil der rest ist perfekt eingestellt nur also der rest ist alles am laufen ja so nein auf dem server kannst du das ruhig sein daher dass mir das hier jucke lass mal die bank machen die sieht aus als wäre die gerade am start ok hier draußen qualmt aber ja ich habe auch keine bombe leider hier ist auch alles ausgeraubt ja hier ist auch offen egal ich gehe trotzdem mal rein ich habe ein bohrer auch verdammt ich bin drauf gekommen ok ist alles offen ach stimmt die gab es ja einen fluchtweg auch noch ach so ja stimmt dauert ja 45 minuten 45 minuten tatsächlich außer die haben eine brech zange nähe tatsächlich nicht hast du eine ok loko fern ist so ein tier ohne witz ja wirklich loko fern eine sei doch opening machen loko fern oh mein gott sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut die wird die tbk 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 polizei 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 Sieben da halt, zwölf da halt Hülle Wir haben ihn, wir haben ihn Sehr gut, sehr gut Ne, der lebt noch, der lebt noch Der lebt noch Ey, Alter, spinnen ein bisschen das Schießen Muss ich sagen, ich finde auch Ist das Philipp, Hilfe Wie schießt jemand Philipp Was geht hier ab? Sind alle hin? Ducky's Officer Woll Da Weg, 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 weg Oh mein Gott Ich wollte gerade sagen, auf einmal war ich alleine Wir sind weggefahren Ey, das Fahrer aus Auto Fahrer aus Auto Ist das offen? Jawohl Kannst du es heile machen? Hast du so ein Ding noch? Ich habe so ein Ding nicht mehr Meinst du es aufgebraucht? Polizei Polizei Ich wurde getasert Hilfe 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 Loco-Fan Ja Ja, 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 Loco-Fan Er hat ihn fast, er hat ihn fast, er hat ihn fast, Loco-Fan Offline? Ah, dann start mal Roblox neu bei dir Oh mein Gott Okay, nicht so dramatisch Ich bin eh am Ende relativ Was? Die was? Ja, das Einsaugen, aber Ich meine jetzt Lokofen, ich bin hier Du hast mich gerettet Und ertötet Drei Minuten, irgendwer hat mich angenommen Leute, ich wollte auf Geisterjagd gehen Jetzt sitze ich bei Elvan wieder im Auto Äh, wo ist denn mein Staubsauger? Da ist mein Staubsauger Wo ist der Eingang, Digga? Ich hab keine Ahnung, ich hab da auch gesucht Hier, ja, 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 jetzt hab ich was gefunden Hast du auch Staubsauger schon, Elvan? Ja, aber der ist eine geile Vorstehung Ich wollte den Leuten noch mal kurz In meinem Video zeigen, was man in Halloween Alles machen kann Da ist ein Geist, da vorne Voll gesehen Der Rote bringt am meisten Okay Da ist ein Roter bei mir Intensität Ah, das ist der Metalldetektor, ne? Das war gar nicht der Staubsauger Wo ist der denn Staubsauger? Ich hab gar keinen Staubsauger Hä, ich hab mir den doch aber gekauft Oh, nee Ich hab die aber gekauft Oh, ich hab wirklich noch 450, ja Ja, zeig mir das einmal Zeig mir, nee, nee Zeig mir das noch mal kurz hier, Elvan Einmal, wie das hier eingesaugt wird Nein, nein, Elvan, der gehört zu mir Der gehört zu mir Der gehört zu mir Chill, 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 chill Das war ein Fahrer Äh, da hinten Hier waren irgendwo welche gerade Da vorne ist einer auf der Straße Hier Ja, ich komm mal zu dir Ich komm mal zu dir Ich komm mal zu dir So, Leute Währenddessen Öffnen wir hier noch mal kurz Ein paar Pakete Für euch Mal gucken, was wir hier noch drin haben Ah, ja Das wär geil Wenn das geht Das geht Ah, okay Check Ja, da rechts Da rechts Ja, ja Hier, hier vorne Ja, Leute Da habt ihr es gesehen So Damit ist das Event auch schon wieder fertig Damit kriegt ihr richtig fett Bonbons Und Ihr braucht 97.500 Um das Ghostbusters mobil zu bekommen Checkt unbedingt die Beschreibung Da findet ihr mein Discord Und dem noch unbedingt beitreten Denn wir sind fast bei einem Damit geht ihr jetzt noch viel Spaß bei den nächsten zwei Videos Ciao, ciao